Eine neue Zwei-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Kassel-Harleshausen. Das Objekt wurde 2013 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Die Wohnung hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon sowie eine Einbauküche. Die Wohnung ist in Kassel-Harleshausen. Die Wohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 40 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 634 Euro. Wohnraumimmobilien steht Ihnen bei Fragen zur Verfügung.